Der ist doch schon weg, oder? Der Landanschluss ist weg, ab, dann ist alles los. Das ist klar, das ist gut. Ja, nun, das ist, warum soll ich nicht? Das kann ich einfach einmal mehr fangen, aber das ist zu wenig. Das hängt ja von Kabel nach dem Sitzung. Ja, ja. Und ein Punkt dazu schön. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen mehr abgeschreien ziehen. Soll ich den loslassen? Erstmal los. Ich lache mit Steuerbauteig. Steuerbauteig? Backbauteig. Backbauteig. Aber sehen wir ja nicht. Wir stehen da hinten zwei Leute an das Bier nachher. Wir wollten morgen, und deshalb morgen ab um 8 Uhr, da kommen wir nicht bis dahin. Aber jetzt haben die das wieder alles verschoben. Wir wissen das. Aber wir bleiben jetzt da liegen. Wir sind dann eingefrobt. Wir müssen jetzt die Brücke runter. Und jetzt haben wir von der Brücke, das ist noch ein podcast. Und das ist dann die Brücke, oder? Wir haben die Brücke. Und das können wir auf uns am Ende laufen. Achso! Ja, ja. So, genau. Bleib mal auf Stand-by, 16 Uhr haben wir sicher. Konola! Hallo! Oh, ja. Oh, ja, hat noch nicht Spaß gemacht, ne? So. Du warst auch. Du warst ja, oder? Du warst, oder? Du warst, oder? So, du warst, oder? So. So, da haben wir noch eine Bremse. So, da haben wir noch eine Bremse.